Ein fröhliches Miau! Willkommen zu einer neuen Folge mit GameStyle Q2 Und ich möchte mich bedanken bevor es richtig los geht für 60 Abonnenten JETZT Danke, 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 Danke Und jetzt geht es auch los hier Wir haben letzte Folge Kakwa Shays 4 Angeworfen Wenn ich mich nicht falsch erinnere, muss ja sonst wird es ja schon veröffentlicht sein Und wir machen gerade richtig viel Money in the Money Das Spiel ist im Nachhinein doch nicht so der große Mega-Flop, wie ich erwartet habe, ich bin glücklich Ist noch kein geiles Spiel, aber sagen wir mal so, ist es noch nicht das beste Spiel Einer deiner Soundspezialisten hat in seiner Bibliothek ein altes, von ihm erstelltes Musikstück gefunden, dieser Track passt außerordentlich gut zum aktuellen Spiel Plus 28, ja, diese 28 die bringt's So Wie sieht das aus hier Entwicklungsbericht 1-10 Prozent Na ja, lassen wir mal noch A, 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 U A, U, A, U, U, U Pro, P, P... Produzieren, produzieren hier, äh Standard Edition, bitte wie viel machen wir noch machen noch richtig cash deswegen 20 bitteschön genau gibt es neue geile mitarbeiter ja es gibt einen guten forscher sind meine forscher fast mein schlechtester forscher die sind alle mittelmäßig also lassen wir die jetzt so ich kann mich daran erinnern dass ich hier sitze und lerne ja ich lernen tue lern mal wichtig lernen schneller kann ganz schön lange dauern alles klar noch mal ein bisschen geld sehr schön spiele ich weiß nicht wie viel wir dann noch verkaufen eventuell nur noch auf jeden fall hat die kann werden das ist mir wichtig so was machst du lernen 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 bitte lernen so grafik dann hast du schon 22 so wie sieht das aus nicht so top sehr schön so leute wie sieht das aus bevor ihr euch fragt warum macht ihr das eigentlich ne ich möchte mich als experten ausbilden damit ich mich allein in diese entwicklung setzen kann und ein gutes spiel zimmern kann weil wenn ich das so machen würde wird das kacke werden sind wir da ganz ehrlich danke für das geld das sieht gleich leer aus so ja 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 come on come on kommt leute seid stark seid gut was hätten besseres level ja habe ich verstanden und wir machen mal ein bisschen speed hier na das wird nix wie gut ist eigentlich unser bester hier unser unser bester das ja hier knie lewain also der ist sehr gut hat den programmieren und so ein bisschen gut hier nach sagen wir mal 3 19 13 und gut bei beiden 19 und 13 was habe ich ja bin ich schon mal besser in den unteren punkten okay das gut ne 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 das ist das geht das ist cool gefällt mir neues trendchen alles klar oh ihr seid fertig habt es auch mal geschafft oh gott alles automatisch erforschen voiceover wichtig so wie sieht das aus okay so was sagt aktuell hier die entwicklungsbericht warum ist das so kacke das ist mehr als verwunderlich liegt das daran dass ich das so billig gesetzt gemacht habe kann das daran liegen dass das nur ein artikel ist das mal gucken hm 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 wo steht denn das welche größe ah da ja liegt vielleicht daran so ich muss mal ganz kurz die nase putzen denn die kitzelt was soll denn das putzt man sich mal hier kurz die nase dann kommt hier schon ein virus rein hier ne 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 das finde ich gar nicht gut gefällt mir gar nicht diese art so wie sieht das hier aus gleich müsste das grün gelb sein komm setz dich wieder hin und lern weiter auf jeden fall müsste der gleich der müsste noch mit diesem programm in die guten zahlen kommen ne 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 So wie sieht das mittlerweile aus, müsste das auch mittlerweile gut aussehen. Habe ich die falsche Einstellung vorgenommen? Kurzer Blick. Das Spiel ist nicht gut. Das werden wir auch nicht mal auf den grünen Ast kriegen. Was passiert, ich werde das jetzt einmal kurz speichern, das Spiel. So, wir werden jetzt gucken, was passiert, wenn ich sage abschließen und Produkt verwerfen. Okay. Heim mehr gedacht, das machen wir nicht, dann laden wir nochmal. Das ist mir wichtig. Dann fudeln wir noch ein bisschen weiter rum, aber das wird kein gutes Spiel, ich sehe das schon. Ja, du bist leer, okay. Alles kacke. Warum ist das so kacke jetzt? Wir hätten doch gerade 10 bis 30. weiß ich. Warum? 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 Jetzt mal wirklich warum. Jetzt mal wirklich warum. Danke für das Geld. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Halt! Er ist gelangweilt. Wuhu! Wuhu! Geil! So, jetzt kriegst du noch einen guten Trainingskurs. Wuhu! 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 Ist mir auch egal. Hauptsache macht was. Leute. Jogsart, brauche ich gerade nicht. Ne brauche ich grad nicht. So, wie sieht das hier aus? Leute, werd fertig. Mann. Och gut, wir können die von magten. Spiel von magten. Spielewickle, Wickle, Wickle und Legende. Jawohl, zabbadabar. Zabbadabar. Spieleentwicklerlegenden kommen gern bei mir, sind gern bei mir gesehen. Geil. Hier rein. So, wie sieht das denn aus mittlerweile? 21 bis 48, kacke. So. Kaufen wir noch was? Nein, alles klar. Bye, bye. Bye, bye, meine Liebe des Lebens. So, wir sind bei 41. Mittlerweile sind wir, glaube ich, fast einer der Besten. Gefällt mir. Natürlich mit Kenny Levain. Kenny Levain bleibt halt unserer Besten. Ja, danke. Bist du Kenny? Nein. Wo ist Kenny? Da. Der ist halt krass. Na. Der ist halt krass. Sind wir mal ganz ehrlich, der ist krass. Der Kenny. Geld. Willkommen. Money Lair. Ach du Scheiße. Und wir haben auch so viel Kredit. Halt's. So was gefällt mir ja persönlich. Ja, das heißt also, im Endeffekt, wir müssen jetzt noch mal ein paar Sachen machen. Na, wir müssen jetzt Sachen günstig vertreiben. Ander, also sozusagen rausschärpeln. Das heißt, was gibt es, was gut ist? Army Tactics, Histoics gibt's. Army Tactics 4. Machen wir Army Tactics Classic. Bitteschön. Eine Woche. Ich brauch Geld. Ja, ich brauch Money. Manfred braucht Money. Oder Tigo braucht Money. Deswegen darf das Spiel eigentlich kein Flop werden, sonst haben wir die ganzen Spielschwände an die Wand gefahren. Ja, das hat uns gerade noch so den Arschei Little Bit gerettet. Wir brauchen jetzt unbedingt schnell einen Abschluss dieses Spiels. Und das Spiel muss gut sein. Ich sagte gut, nicht bad. Äh, Subtle Fighters. Alles klar. Boah, ist der schlechte. Hm. Neues Forschung verfügt bei Online-Listen. Ja, nee. Ganz bestimmt nicht. Dankeschön. So, ihr habt eh nichts zu tun. Dann kümmert euch mal ein bisschen um meine Kunden. Ja, könnt ihr euch dann mal um meine Kundenkommandation stellen. Was macht ihr die ganze Zeit? Düdl-dü. Dieses Düdl-dü ist nicht gut, Düdl-dü. Ja, genau das meine ich. Düdl-dü nicht gut. Oh, kein Geld mehr. Ups, äh, keine Platten mehr. Dann machen wir nochmal eine kleinere, größere Auflage. Machen wir nochmal 50. So, das ist wichtig. Das hat mir das Leben gehabt. Dankeschön. So. 23.000 pro Monat. Das kann ich mir nicht leisten. Muss ich drücken. So, wie sieht das aus, Leute? Werdet fertig oder werdet nicht fertig? Neue Engine verfügt bei 3D-Bildstudio. Nee. Nee. Nee, Leute, nee. Ja, der ist mittlerweile gut. Mann, 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 Mann. Die haben das gleich alleine geschafft, hier, dieses Scheißspiel, zu debacken. Ohne meine Debugabteilung. 40 bis 60. Sagen wir mal so, es wird langsam. Okay. Sagen wir das mal so. Dass sich langsam eine Verbesserung sich anzeichnet. 40 bis 60 ist nicht geil, aber auch nicht mehr das Volldramat. Aber haben wir schon mal keinen Trash mehr. Das ist schon mal gut. So, Leute, wie sieht's aus? Was? Wie? Was? Deine Hausbank hat dich darüber informiert, dass sein Firmenkonto schon seit einigen Monaten bei negativen Kontostand. Bei negativen Kontostand hat. Dir wird eine Frist von... Auszug. Alsonsten bin ich insolvent. Toll! Gut, dann müssen wir jetzt mal ganz kurz hier, äh... Aufgabe verschieben nach hier tun. Damit ihr Zeit habt, um Geld zu verdienen. Go. Leute, go, go, go. Ihr müsst jetzt Geld machen. Kein Leitner Entwickler ausgebildet. Wo ist Kenny? Kenny ist grad nicht da. Gut. Dann du halt. Guten Tag. Entwicklungsberichtleitner Entwickler. Hier ist schon blow. Ein Leitner Entwickler einsetzen. Arbeiten. Gleich helfe ich auch noch mit. Ja, keine Panik. Gleich kommt der Tigo und räumt auf. So, ich seh das auch. Das wird gleich ausgleichen müssen. Naja. Komm, macht fertig. Dann hab ich wieder einen ausgeglichenen Kontostand. Dankeschön. Wie, das zählt nicht als ausgeglichen? Da war doch grad Plus. Fick dich, Spiel. Boah, wie lange entwickeln wir denn jetzt schon wieder da dran? Fick dich doch. Jetzt haben die nix zu tun. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Aufgabe versieben hier ist. Leitner Entwickler. Kenny. Wo ist Kenny? Kenny. Kenny Levain. Dankeschön. So, wie sieht das aus? Ich bin mittlerweile 70. Das ist gut. Leer. Alarm. Alarm. Arrm. Alarm. Reicht dir denn noch kein Negativ-Boss? Das heißt, ich kann auch nochmal gut Geld investieren. So, wie sieht das aus, Leute? Seid ihr bald mal fertig? Oh Gott. Dieses Jahr sollte es werden. Ja, dieses Jahr, bitte. Wär sehr freundlich. Wenn es dieses Jahr noch schafft, dieses Scheißspiel zu veröffentlichen. Also nächstes. Nächstes Jahr. So, dieses Jahr. Jetzt kann ich das sagen. Mann, 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 Mann. Ich komme mir hier so vor, als ob ich hier mit Idioten zusammenarbeite. Einmal mit Profis, bitte. Oh Gott, wie ist das? Halbe Million Minus. Oh Gott. Halbe Million Minus. Leck mir am Arsch. Halbe Million. Wundertspiel ist absoluter Schrott. Werdet fertig! Neue Software. Ach, fick dich doch. Hier gibt es so viel Neue. Oh, ich habe eine halbe Million Minus. Aber die hätten nicht in eine Pötte kommen. Maaann. Leute. spiel danke schön so sei diese fertig danke ich habe über eine halbe auftrags aber einen in der qualitätssicherung sehr schön abbrechen auftrag los alle warten auf dich bewegt dich jetzt bis 60 lang welche bekloppt gibt mir wenigstens die 60 bis 70 50 bis 70 leute lange welche beschubt mich schon ja ich kann mir auch hier nichts leisten spezialmarketing kostet zu viel nicht genug geld ach sach bloß leute das war der größte folgen schweig der folgen schwerste fehler auf my world dieses spiel das war ein absoluter reinfall so danke ja kacke selbstvertrauen ja das spiel gegen mehr idee bei der handlung kann das kann das spiel einkauf wert sein also mal das gar nicht gut und damit sehen wir uns zur nächsten folge wieder bei drei ciao